Die WPPI ist die wichtigste Messe und Konferenz für Fotografen und Filmschaffende, die sich auf die Themen Hochzeit und Porträt spezialisiert haben. Sie findet jährlich im Frühjahr in Las Vegas statt. Dieses Jahr präsentieren rund 280 Aussteller ihre Neuheiten und speziellen Dienstleistungen im Convention Center des MGM. Knapp 13.000 Besucher füllen die Messe mit ihrer überschaubaren Größe von etwas über 7.000 Quadratmetern. Der Kontakt zwischen Aussteller und Interessenten ist dabei sehr intensiv und erfolgreich. So wundert es nicht, dass die Branchengrößen entsprechend vertreten sind und an einigen Ständen attraktive Objekte vor den Linsen der Fotografen posieren. Die Veranstaltung gewinnt auch international immer mehr an Bedeutung, kommen doch immerhin über ein Zehntel der Fachbesucher aus 60 Ländern außerhalb der USA. Somit zeigen sich auch einige wichtige Hersteller aus Deutschland. Whitewall, der Spezialist für hochqualitative Fotodrucke, ist mit einem überzeugenden Auftritt vertreten, um seine besondere Dienstleistung zu präsentieren. In der eigenen Manufaktur in Deutschland werden Großfotos in brillanter Qualität gefertigt und nach Wunsch konfektioniert. Mit optimierter Logistik ist es möglich, diese Kunstwerke selbst in entlegensten Winkeln der USA günstig zu beziehen. Zwar ändert sich die Aufgabenstellung in dem Markt für Hochzeitsdokumentation und Porträt nur unwesentlich, aber geheiratet wird immer und die Bereitschaft für private Events wie Hochzeiten, mehr Geld auszugeben, wächst. Somit ist es voraussichtlich sicher, dass diese Veranstaltung auch in den kommenden Jahren immer ihre Interessenten findet.